Hallo, ich bin Schwarzland, ich bin auf Path 5, es heisst, gib mir Arsch wieder, lasse ich sie heilen, ah, also später und, ähm, wisst du gewisse Pflanzen oder Nahrung, äh, Töpfen, äh, irgendwie isst du dich, äh, na jetzt, äh, jetzt zeigen wir bis zum Kammern, ah, äh, die sind nicht ganz glatt, da bist du ja, bist du bereit, ich, ich denke schon, lass den vergangenen Tag hinter dir, auf den heutigen hat er keinen Einfluss, zieh dich an und wir können beginnen, nur zu Bassin, wie wir es geübt haben Ja, Meisterling Äh, man kann es natürlich klippen, nur dort rochen, wo es geübt hat, okay, klettern, äh, vergibt, planen, also gut für alles Okay Äh, man sieht wer Sagt der Bassin, sagt der Todessprung Jeyy Ich habe genug gesehen, wir versuchen es morgen erneut Okay Das war toll Ich sehe es an deinem Körper, du verlierst zu leicht das Ziel aus den Augen Der Todessprung ist ein unabdingbarer Schritt auf deinem Weg zur Einfluss Er ist eines der ersten und heiligsten Rituale der Bruderschaft Um ihn erfolgreich durchzuführen, musst du zuerst Geist, Körper und Seele in Einklang bringen Nimm die Furcht an, besänftige sie, finde die Stille und dann lass los Ja, Meisterin Kehren wir zum Lager zurück Äh, ich bin kaputt gemacht Darf ich dich etwas fragen? Du darfst Als ich in El Anbar war, im Palast, wurde ich Zeuge eines Treffens zwischen dem Kalifen und fünf Männern mit Maske, Ordensmitgliedern Der Kalif sollte den Gegenstand beschützen, den sie entdeckt hatten, aber er wusste nichts von ihren Plänen Er kannte nicht einmal ihre Namen Wie kann es sein, dass der mächtigste Mann Bagdads vor den Gesichtslosen so ängstlich auf die Knie sinkt? Der Orden beherrscht solche Männer und ihre Imperien bereits seit Jahrhunderten Indem sie sie von ihrer Wahrheit überzeugen, dass sie die natürlichen Lenker des Weltgeschicks sind Der Kalif war nur ihre Marionette Und dasselbe wird auf denjenigen zutreffen, der ihm nachfolgt Das gesamte Kalifat steht unter ihrem Einfluss Ok Sprich mit Fulad und sieh, ob er Hilfe benötigt Wir setzen deine Ausbildung später fort Ja, Meisterin Das ist der Fulad Das ist der Fulad Das ist der Fulad Das ist der Fulad Guten Tag, Tabith Hallo, Basin Was beschäftigt dich? Um ehrlich zu sein, bin ich frustriert Der Orden in Bagdad ist seit dem Tod des Kalifen nur noch stärker geworden Und wir sitzen auf diesem Bergfest Mentor Raihan weiss sicher, was er tut Vielleicht sollte ich mehr vertrauen Bis später Ich suche nach Fulad Hast du Fulad gesehen? Wahrscheinlich ist er wie üblich in seiner Schreibstube Aber gut, ich muss wieder an die Arbeit Wir sehen uns Er bereitet den Empfang der Gesandten der Taheriyan vor, Meisterin Danke Ah, da kann ich durch Ok Ah, das ist wirklich doof Wir sehen uns doch fast klettern Und wo nicht Ein bisschen gewöhnungsbedürftig Und hier Ah, da ist doch hier Gar nicht so weit oben Ah Was ist das in der Ecke? Hier Eine kleine Zeichnung? Meine Unterschrift Damit du weisst, dass es von mir kommt Und nicht von Elhassan Oder schlimmer noch Abu Jafar Ein Scherz Du verstehst? Auf bald Ah Was hin Wie geht es dir? Ja In Kidu Gleich gibt es Futter Ist klug Und soll mit Klugheit Nicht auch Geduld einhergehen? Das erinnert mich an jemanden Hast du mit Meisterin Roshan gesprochen? Hab Geduld Begegne deinem Fortschritt mit Wohlwollen Ich nehme es mir zu Herzen Roshan trug mir auf dich aufzusuchen Ah, ja Rivka braucht Lederstreifen Kannst du sie aus dem Lagerraum holen? Mache ich, Foulad Bis später dann Wenn wir hier anfangen Finde Lederstreifen Das ist es nicht Ok Es ist schwer hier irgendwas zu finden Nein, das ist kein Lederstreifen Geht doch eigentlich nicht Kein Diese Kräfte innerhalb des Kalifats beginnen uns unter Druck zu setzen Kräfte? Du meinst den Ordner-Bahn. Ich kann nur über das sprechen, was ich weiß, Sardiki. Der Kalif wünscht die Auslöschung der Aufständischen. Und wenn ihr ihm weiter Unterstützung gewährt, können wir euch keinen Schutz vor einer Antwort des Kalifats zusichern. Die Aufständischen versorgen uns in Bagdad mit Informationen. Ohne sie sind wir blind. Wie dem auch sei. Stadthalter Mohammed ist fest entschlossen zu zeigen, dass er diesen Aufstand schnell beenden kann. Daran zweifle ich nicht. Ich kam um euch zu warnen. Die Lage in Bagdad entwickelt sich schnell. Vielleicht müsst ihr schneller handeln als erwartet. Ich höre dich, Abahn. Das ist mir gut. Also die Tahririan, die diese Lande regieren, sind das Einzige, was zwischen aller Not und einem gross angelegten Angriff steht. Ein zerbrechlicher Fried. Wie lange wird er bestehen? Oh, sorry. Baba-Ki-Train. Wie kommt der Bau voran? Es dauert länger, als wir erwartet haben, Sayyid. Das ist sicher frustrierend. Also nicht toll zu haben, ich meine. Tadai-Hahn ist ein weiser Mann. Doch er spricht von diesem Berg, als wäre es vorbestimmt, dass wir hier bauen. Wir haben Geduld und folgen seiner Führung. Meisterin Roshan sagt, ich soll es nicht zu eilig haben, in die Stadt des Friedens zurückzukehren. Du solltest es gar nicht eilig haben. Bagdad hat sich verändert. Es ist gefährlich. Ähm. Ähm, wahrscheinlich nicht. Also ein kurzer Pitzel. Mr. Ritsch. Briefka? Basim, Basim! Streifst du jetzt nur noch ziellos im Lager umher? Nein, ich habe Leder für dich. Meintest du das? Wie es scheint, bist du den Holzschwertern entwachsen. Ich war dagegen, aber Roshan bestand darauf. Hier ist dein Dolch. Und dein Schwert. Ich bin stolz, an ihm gearbeitet zu haben. Ja, das hat schon Schwert. Ich habe heute gewiss nicht mit neuen Waffen gerechnet. Ich stehe in deiner Schuld. Begleiche sie, indem du die beiden gegen den Orden einsetzt. Lass sie die Schärfe dieses Charakters spüren. Und mit der Wurfmesse. Wie kommst du mit der Ausbildung voran? Nur hat mir eine neue Art gezeigt, mein Messer zu halten. Das hat meine Genauigkeit stark verbessert. Wenn man es genau so wirft, segelt es schnell und sicher durch die Luft. Weißt du nicht mehr, wie man ein Messer benutzt? Ja, okay. Ich habe es nicht mehr. Ich drücke ese um es zu werfen. Bei Allah! Ein guter Wurf! Oh Gott! Du hast mich dazu gebracht mehr zu üben. Das ist der richtige Weg, Saddiq. Äh, wir sind die Tür einsammeln. Ah, er hat aber den Kuchen gebraucht. Äh, was? Willst du den dort nicht suchen? Ja. 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 Oh! Oh! Eh, Tung! Ja, das war die Nette. Aber ich denke, ich bin der Neppe. Gute Arbeit. Bis morgen. Was ihm? Zeit für dein Kampftraining. Ich war überrascht, als Riff kam mir das Garten. Ist dein Schwert nicht eine etwas grobschlechtige Waffe für einen Verborgenen? Als Verborgene müssen wir eine Vielzahl von Waffen meistern. Man weiß schließlich nie, wie sich ein Kampf entwickelt. Ein jeder kann ein Schwert führen. Aber wie wirst du es einsetzen? Ich bin hier, um zu lernen, Meisterin. Bist du wirklich hier? Nun, ja, ich glaube schon. Körperlich bist du es. Aber auch mit Geist und Seele. Ist das ein Rätsel? Nein. Es ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. Mhm. Du musst auf mich zielen und mich umkreisen. Wende deinem Gegner niemals den Rücken zu. Ja, besser. Zeig mir erst mal schnelle Hiebe. Gut. Ich warte auf dich. Ausgezeichnet. Manchmal müssen wir mit mehr Wucht angreifen, um größeren Schaden anzurichten. Dabei bist du kurz ungedeckt. Also passe es gut ab. Und los! Genau so. Schlag kräftig zu. Sehr gut. Nun zur Verteidigung. Du kannst gegnerische Angriffe parieren. Nach ein paar erfolgreichen Paraden ist dein Gegner wie benommen. Versuche meine Angriffe zu parieren. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe das nicht gesehen. Per Erfolg, das greifen zu parieren gegen Angriffe durch brichtliche Verteidigung des Gegners und stellt das Ausdauer her. Okay. Okay. Ausgezeichnet. Einige Angriffe kann man nicht parieren. Man kann nur ausweichen. Mach dich bereit. Okay. Gute Arbeit. Ja, genauso. Gut gemacht. Versuchen wir es doch einmal mit einem freien Kampf. Setze ein, was du gelernt hast. Hey, wach auf! Hol deinen Geist zurück ins Hier und Jetzt. Ah, das ist ein Pock, 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 Pock. Wo kam das denn her? Ja. Für heute sind wir fertig. Warum hören wir auf? Vom Versagen lerne ich nichts. Wahres Lernen besteht zu gleichen Teilen aus Taten und Ruhe. Ersteres hast du getan. Nun suche die Ruhe. Überstürze die Übungen nicht. Hab Geduld. Versagen ist ein Teil des Fortschritts. Denke darüber nach und komm verbessert zurück. Ja, Meisterin. Das werde ich. Gut. Dann auf bald. Ahmet hat bald zum Haus der Weisheit zurückkehren. Ich furchte, er begibt sich mitten in ein Schlangenest. Ich weiß, wie nah du deinem Bruder stehst. Bald wissen wir mehr. Dann können wir handeln. Friede sei mit dir, Abu Jafar. Ich bin Ahmad. Ahmad, entschuldige. Sei unbesorgt. Komm und wärme dich am Feuer. Unser Bruder Ahmad verlässt uns morgen. Nach Bagdad, zum Haus der Weisheit. Das Haus der Weisheit? Meine Brüder und ich arbeiteten dort über viele Jahre. Ich habe noch immer einiges zu tun. Die Wissenschaft wartet auf niemanden. Und ich erfülle meine Pflicht als Verborgener, indem ich unter den Gelehrten eure Augen und Ohren werde. Fulat, erzähl Basim die Geschichte von der Feder. Unser Brauch mit der Feder kommt aus Ägypten. Sie steht für die Federn der Maat. Die Federn eines Reihers wurden in das Blut der Zielpersonen getaucht. Diese wurden für das Urteil des Herrn der Duat hinterlassen. Es ist wichtig, dass wir bescheiden bleiben und unseren Platz kennen. Wir sind Boten der Gerechtigkeit und keine Richter. Hilft mir heute Abend jemand beim Wachgang? Ich komme mit dir, Nur. Ich muss mich bewegen, wenn mir heute noch warm werden soll. Ich danke dir. Lass uns gehen. Kommst du, Basim? Ich heb dir die Geschichten für später auf. Okay, Fackel ausrüsten. R2 und R2. Kann ich dich im Vertrauen sprechen? Das weisst du doch. Ich hörte vorhin Mentor Raihan mit einem Gesandten reden. Mentor Raihan fragte, ob wir wegen der Verbindung zu den Aufständischen in Bagdad angegriffen werden. Sind wir hier in aller Mut? Schwerer, Schwert und Dolch. Ein Schwert wird in der Hand getaucht und ist ein Hauptmöglichkeitsschaden zu verursachen. Ein Dolch wird in der Nebenhand halten und hat der Einfluss auf den Verteidigungsschaden am Gegner beim Parieren. Okay, Rekrutierkleidung aus Alamut für die Verkleidung. Die übliche Kleidung, ein neues Rekrutieren in Alamut. Okay, wenn du ein Kleidungsstück hast, ist das Aussehen deines Verteidigung überschrieben. Ihre Vorteile bleiben jedoch erhalten. Okay, dann okay. Nein, ich will nicht mehr das an. Ich kann noch nicht abbreiten. Ich kann nicht auf etwas abbreiten. Ich weiss es nicht, doch ich bemitleide alle, die diesen Adlerhorst angreifen. Wie läuft die Wache? Es ist ruhig in ganz Alamut und ich habe solchen Hunger. Wir haben es nicht bis zur Hauptschlucht geschafft. Ausgezeichnet. Dann beginnen wir dort. Danke. Komm nur, folge mir. Entschuldigung. Äh. Hallo, woher? Das ist ja noch voll klar, Pauke, überhaupt. das ist muss ja ein prächtiges tier bald wirst du einen eigenen haben fulat hat mich einem adler namens in kidu vorgestellt er sagte wir hätten viel gemeinsam und das war nicht als kompliment sie sieht etwas folge mir ganz leise verstecke dich irgendwo die überraschung ist auf unserer seite ich bin hinter dir wir müssen schnell zuschlagen wir warten auf den richtigen augenblick zu da halt kein geräusch in der schläge dann Ihr seid dem Tod geweint, grüßt Jahannam! Lass mich bedacht, gib nicht auf, fängt weiter, fängt an deine Ausbildung! Sei keine Ahnung! Oh, das kann noch werden! Und jetzt! Ja, warte noch ein Besuch! Anders als die Hölzernen Ziele, oder? Das ist es nicht. Dieses Schwert. Was ist damit? Söldner aus Bagdad benutzen diese Waffen. Wir müssen die anderen warnen. Söldner aus Bagdad. Woher weißt du das? Basim hat die Art ihrer Schwerter erkannt. Ich glaube ihm. Hol ihn herein. Woher weißt du, dass diese Männer aus Bagdad waren? Ich bin auf den Straßen dort aufgewachsen und habe ihre Waffen oft und aus der Nähe gesehen. Hinter jedem Söldner steht jemand, der ihm seine Befehle erteilt. Ja, und wir müssen handeln, wenn wir erfahren wollen, wer das ist. Wir kehren nach Bagdad zurück und bitten Ali ibn Muhammad um Hilfe. Ah, natürlich, den Saib Assange. Er ist ein gefährlicher und irregeleiteter Narr. Das mag sein, aber auch einer unserer wenigen Verbündeten in Bagdad. Wir brauchen ihn und seine Männer. Ich werde nach Bagdad gehen. Geh zu Ali. Finde heraus, ob der Orden diese Männer geschickt hat. Ja, gut. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Allah beschere dir Erfolg. Auf bald. Auf ein Wiedersehen. Auf bald. Auf bald. Auf bald. Auf bald. Ich habe jetzt ein ganz... Ui, das ist okay. Ui. Wo ist sie erst gegangen? Ich bin wohl erledigt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Keine andere kann das sein. Vielleicht die Auszahlung. Wir haben noch nie. Nie, die Auszahlung könnte. Das würde der Vorteil nicht kennen. Die Auszahlung würde jetzt noch nicht weg. Bei der Arzt hat er vor allem eine Gitarre. Wir haben in der Bärkunde, in der 50 km. Und du selber? Okay. Ich muss öffnen. Okay, jetzt müssen wir öffnen. Machen wir doch. Okay, zusätzlich Hilfsmittel. Wenn du Fertigkeitspunkte bei Grenzknoten einsetzt, best sich dein Kampf und Schleich Fertigkeiten. Okay. Du kannst ein neuer Feld für Hilfsmittel freischalten, indem du die Banu Musa in einem Sassinenbruderschaftshaus der Verborgenen aufsuchst. Sobald du es erworben hast, es wird zurückgesetzt werden. Komm weiter in der Geschichte voran. Ähm. 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 Wird der da wohl? Ich werde den Fertigkeitsmacht nicht überhaupt. Nein, 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 nein. Ich denke, wir haben das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieben Läcks. Ich freue mich auf das Video. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.